Hi, ich bin Laila Lichtes. Okay, jetzt nochmal rein. Hi. Hi, ich bin Laila Lichtes. Ich bin 25 Jahre alt. Ich kann mal auch sagen, wie man es Laila ist. Aber jetzt wohne ich in Köln. Nicht Deutschland. Denn hier ist das Licht für Selfies einfach besser. Ich spiele bei den Real Queens. Erstmal die Rollenbeschreibung. Ich spiele bei den Real Queens eine neureiche Selfmade-Millinärin durchgreifend. Und Erbin des Cosmetics. Und Erbin. Und Erbin. Und CEO des Cosmetikkonzerts. Und natürliche. Ja, ich habe eine Drag-Mutter. Eine Drag-Mutter. Ja, ich habe eine Drag-Mutter. Ja. Meine Drag-Mutter heißt YouTube. Mein Drag-Style ist sehr natürlich, sehr dezent. Und von allen nicht zu viel. Wenig Haare. Wenig Make-Up. Wenig Nippe. Alles wenig. Sehr natürlich. Ja, ich habe Personen, die mich inspirieren. Bei mir wissen. Chloe Kandash hier. Stiftler-Farm. Das ist bei Jack Krupplich. Und ähm. Volle Redenzen. Ich habe euch ganz viele Hashtags. Hashtags All Natural. Hashtags Low Make-Up. Hashtag Filter. Hashtag... Hashtag Filter. Hashtag Filter. Das ist bei Jack Krupplich. Das ist bei Jack Krupplich. Hecht. Bei Jack Krupplich. Das ist bei Jack Krupplich.